Hallo, heute habe ich meinen Deutsch-Spanisch Duolingo Sprachkurs beendet. Ich bin ein bisschen müde, du kannst es an meinem Gesicht sehen. Ich werde euch die Duolingo Sprachbaum zeigen in einem Moment. Mein Lieblingsauto ist hier. Also hier ist die Sprachbaum. Du kannst sehen, dass die erste Sprache ist Deutsch oder Alemann in Spanisch. Alle Lektionen sind wunderschön gelb. Und hier kommt mein Lieblingslehrer, Duo, die Eule. Und er gratuliert mich. Tschüss!